Ausbildung zum Wunderheiler. Bisschen provokativ der Titel, so soll es auch sein, aber das soll ja auch ein bisschen Aufmerksamkeit erwecken. Ja, Sie lernen in dem Kurs Energien aus dem System von Menschen zu entfernen. Sie lernen, wie man Menschen heilen kann und dieses, was ich ihnen beigebracht habe, gibt es sonst nirgends nur von mir, weil ich es mir selbst beigebracht habe. Ich bin praktisch der, Anführungszeichen, der große Meister. Also es gibt kein Copy-and-Paste, ganz wenig Zeug, was ich vielleicht von irgendjemandem auch gelernt habe. Aber alternativ dazu kommt noch, dass sie sich selbst auch gegenseitig heilen. Also sie kommen frisch gestärkt aus diesen Wochenendkurs raus und sind wie ein neuer Mensch, weil alle Dinge, die da mit dem Kursinhalt zusammenhängen, auch bei Ihnen gereicht werden. Also buchen Sie, machen Sie es gut. Bis dann!